Ich hab mal einfach für alles beides gecued, Duo und 3er. In dem bin ich Platin, das könnt also jetzt Gegner und Mitspieler auf Platin sein. Das ist gut, da bin ich gut, drunter. Ähm, er warf. Müsste aber halt, wenn alle wieder failen. Nicht wahr. Auch wieder egal. Hohes Silber, niedriges Gold. Ja, das ist quasi jetzt genau das. Ne, hohes Gold wäre das eher so gewesen. Wow, ja, keiner am Tor, haben wir gut gemacht. Lull. Die Kombo, wir müssen rausgeholt. Frag mich auch grad, wir haben den rausgeholt. Oh, fuck. Oh, dann ist keiner mehr da. Die dümmsten Bauern ernten die Dicks Kartoffeln. Oh, jetzt auf, wir machen jetzt das Eigentor. Ähm. Ähm. Wollen wir mal aufgeben. War das dein Vorfall? Nein. Okay. Das war nicht. Ich wollte halt gegen die Wand spielen, aber die Wand war schon zu Ende. Aber ich vermute, der Gegner hat ihn eh gemacht, hätte ich doch nicht versucht zu spielen. Oh, du hast auch noch da. Ja, sorry. Ich dachte da, ich hab eine bessere Prosi als du. Den kann ich nie halten. Den kannst du nicht halten und gehst doch hoch. Scherzkeks. Den kann ich nicht halten. Aber ich hab ihn. Einmal drehen bitte. Meins. Er kommt zu spät. No. No. Hä? Hat er Gegner reingemacht. So fick. Hat er Gegner reingemacht. Hat er Gegner reingemacht. So fick. Punkte. Da hab ich nochmal berührt. Der Gegner macht ne rein. Da. Der wäre nicht reingegangen sonst. Mach du. Ich fahr immer an. Das sind meine 10 Punkte. Ach so. Ja okay. Dann merk ich mir das sofort. Wo ich ran. Was der. Ja danke. Ich wollte ihn schön nach vorne fahren. Nicht so mehr geklaut wird. Hm. Nein. Ich mag's. Ich find das dumm wie man in der Ecke rum springt. Kommst nicht richtig weg von dem scheiß Ding. Uuuuh. Schade. Ach verdammt. Deiner. 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 Ne. Ich hab ihn irgendwie glaub ich erwischt. So leicht. Zur Seite. Weil ich reingekickt wurde. Und ich hab wieder gequetscht irgendwie. Keine Ahnung wie. Aber ich hab ihn irgendwie. Irgendwie hat's funktioniert. It works but no one knows why. Oh nein. Ich bin nicht im Tor. Was ist mein Fehler? Ja in diesem Fall deutlich über meine Liga. Oh. Oh. Du hättest dort an den Hohen direkt ran boosten können. Wenn du Lust hattest. Oder ran boosten müssen. Ich bin halt ein Duo weiter. Ist auch okay. Jaja. So viel dazu. Zu diesen über deine Liga. Die treffen halt den Ball genauso schlecht wie du. In vielen Stellen. Nein. Immer noch. Immer noch wenn du hier zufällig den Ball. Zuverletzt den Ball triffst. Bist du immer noch. Genau so gut. Ich bin nicht weg. Nächste. So viel zu diesen über deine Liga. Ich brauche einfach nur Glück. Ich bin nicht weg. Die treffen halt die beiden nicht. Und die hauen sich gegenseitig weg. Und die hauen sich gegenseitig weg. Okay. Die hatten die auch direkt von der Mutter aufgelegt. Ich bleib hinten. Fliegbällchen. Oh. Den erwischt ich diesmal. Fand ich deutlich schwieriger als die Welt davor. Und das hat unser Random leider den Fehler gemacht. Den Hauptfehler zumindest, den er nicht genommen hat. Dann hat der echt gut geschossen. Ne, das hätte unser Random den mal aufgehört. Ich bin jetzt so hochspielen können. Muss nicht flach spielen. Ich habe es versucht aber verkackt. Oh fuck. Wieso ist der von der Wand gekommen? Ach. Shit. Ne. Quedspal. Sind die besten Bälle. Und zerstört. Oh, der wär eklig. Der ist sehr eklig. Der ist sehr eklig. Bei den schönen langsamen Bällen wieder. Bob! Ich weiß gar nicht, ob der reingegangen wäre ohne Gegner. Ich habe zweimal Gegnerassistenz bekommen. Für beide Tore. Wups! Interessant. Gibt ein Overtime. Wenn der auf den Boden kommt zumindest. Ich hoffe den habe ich da abgewirrt. Kommt irgendwann mal auf den Boden der Ball? Okay. Momentan nicht. Aber jetzt. Oh nein. Nein. Oh verdammt. Ich bin nicht ganz reingekommen. Ich hätte boosten müssen. Oh jetzt hab ich keinen boost mehr. Ich krieg ganz ja keinen boost. 3 Minuten keinen boost bekommen. Gefühlt. Dann kommst du halt nicht mehr ran. Der Typo fliegt immer schwer. Der Typo fliegt auch überall lang. Also so weit unter dem Level bist du glaube ich nicht. Weil wie gesagt die können zwar ein bisschen fliegen. Aber dafür treffen sie ganz schön viele Bälle nicht. Und das ist halt einer der die carried. Die haben sie geändert ne. Die hat nicht mehr diese komischen Ränder. Die hat jetzt die Standard Layout. Ja. Die Ränder waren auch irgendwie das was die Map so wirklich ganz komisch gemacht hat. Ja. Ne. Och verdammt. Nein. Ne den krieg ich nicht. Ach ich bin Duo. Duo. Hab ich wieder vergessen. Ich hab ganz nett auf den dritten gewartet. Dann hab ich dumm gemacht dass ich da so rum stand. Einfach im Weg. Sorry. Das war mein Fehler dann. War einfach nicht so cool. Wieder umstellen auf die andere Taktik. Ja. Wissen du die Angabe kannst du schonmal besser als die beiden. Ja. Wahrscheinlich nah genug dran. Nein. Wissen du die Tor. Oh Gott. Nein. Ich hab meine Haare gestreift. Die Vorlage. Brun Hilde schafft das nicht. Brun Hilde ist zu dick. Ja. Das auch. Du musst nicht ganz so weit zurück fahren mit Duo. Vor allem wenn dann den Ball nicht stimmt. Mit Duo musst du nicht von deinem Angriff direkt bis ins Tor fahren. Beziehungsweise musst du dann im Tor warten bis der Typ wieder vor dir steht. Oh oh. Ich hab Bullshit gemacht. Dankeschön. Oh oh. Also mein Fehler. Hätte ich halt irgendwie vorher mal. Schon zu komisch runter. Rückgras fahren sie mal kacke. Bringt ihr aus dem Rhythmus. Ähm. Läuft nicht. Ich mag die Map nicht. Auch wenn die normal ist. Ich komm dort noch auf der Ebene nicht klar. Hast du die Erinnerung an diese schiefe Map? Weiß ich nicht. Kann sein. Die bringe ich auch noch durcheinander. Wieder kein Boost. Jetzt hab ich ja Boost. Jetzt hab ich ja Boost. Oh Gott. Doch nicht dass du ihn nochmal nimmst. Wow. Ich hab irgendwie kein Übersicht der Map. Immer noch. Ich bin unfähig. Nein. Nein. Du lebst. Ich hasse das. Nein. Komm. Hätt mich mehr aufs Tor fokussieren müssen. Nein. Jetzt fahr ich nicht zu fett. Jetzt fahr ich zu dünn. Hallo. Hallo. Konto. Oh oh. Der kommt noch. Das war doch nie und immer geplant. Das war doch nie und immer geplant. Der Doppeltouch. Ne. Der Doppeltouch nicht. Aber ohne wäre nicht reingegangen. Ne. Ohne wäre nicht reingegangen. Aber es sah schön aus. Du schaffst das. Mit deinen bemalten Orangen. Dein. Bezug. Ach komm. Der war schon. Schon längst in ihm vorbei. Sorry. Der musste mal kurz zur Seite spielen. Der musste gerade abwischen dürfen. Aber da kann ich nicht ran. Ja. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Muss du nehmen. Nein. Natürlich wirst du wieder mit dem Doppeltouch. Ich brauch mal einen zweiten Versuch. So Chubby hat mich. Oh Mann. Ich hab doch nicht so scheiße angefangen auf der Map. Knick in der Optik, sag ich doch. Wie gesagt, ich hab mir nie so scheiße angefangen und uns die drei Tore am Anfang geben lassen, dann hätten wir es gewonnen. Ih, Sand im Gesicht. Da, momentan bist du auf Silber 1 Niveau. Juhu, ich bin ein Master. Das sind die gleichen nochmal. Ich bin halt nur Veteran. Ja, du glaubst du wieder den Boost? Was kann ich das? Das ist meine beste, meine bessere Skill. Boost Cloud. Ja, aber verbündeten Boost Cloud, nicht Gegnern. Das ist nicht so geil. Oh Gott. Ah, das war meine Vorlage, sorry. Ich hab irgendwie behindert da an der Wand getroffen. Achso, mit der, der doofen Ecke. Ja, und dann ging ich halt direkt auf den Boden und sei verliegen geblieben quasi. Dann ging ich halt so, uiieieiei. Iiiieieiei. Ach komm. Bei mir springt er jedes Mal übel weit hoch. Ah, du machst das, okay. Ich hab da kein Boost. Ich hab da kein Boost. Ich hab da kein Boost. Wo? Die Leute töten. Was? Das war doch nicht mich? Hör doch mal auf. Der hat mich blockiert. Ich wollte wegfahren, aber ich konnte nicht. Mäh. Was? Irgendjemand hat mich jetzt was gedreht. Und was? Ich hab mal einen Gravitationsbrunnen gefangen. Ein Gravitationsbrunnen? Ja. Ich wollte jetzt, ich hab's jetzt wörtlich übersetzen. Gravitational Well. Jipp, jipp, jipp. Jawoll. Du hast den hier reingezaubert. Ja. Ja, musst du mal angucken. Nein, skippen. Nein, musst du dir angucken. Da. Tipp. Und dann ganz lange Ecke. Und mit dem kleinen Finger hast du reingeschwommen. Mit der kleinen Ecke hab ich da reingeschwommen. Mit dem kleinen Rädchen. Und dann wie gesagt in die ganz lange Ecke. Mit den leeren Rädern. Ich hab keine Stützräder mehr. Doch. Nein. Du weißt es bloß nicht, das siehst du nicht. Schönes Spiel. Das war ein seltsame Korpo. Das war ein seltsame Korpo. Hat funktioniert. Du musst mir angucken. Ja. Du kannst dir angucken. Da. Bisschen erhöht. Dick. Dick. Richtig schön. Triple Pass. Bei zwei Leuten, ja. Mhm. Ich meine, ich habe zwei Persönlichkeiten. Also von daher. Ja. Du glaubst mir immer hinter mir mein Boost. Über den Boost der hinten in der Ecke liegt. Anstatt der der vorne ist. Ne. Die Ecke. Ach komm. Ach komm. Na. Wie drehst du dich nicht um und spielst dich ganz normal. Wenn ich den ganzen Rücken dazu stand. Jetzt habe ich mal diese Paralyse. Oh, was? Ich habe nicht hingeguckt. Mach nochmal. Er hat halt abgewehrt. Er flog halt direkt in die Ecke. Direkt auf den Pfosten. So einen, ja. Einmal Pfosten, bitte. Ich meine, ich habe ein Video gesehen, wo einer gegen Afkala gespielt hat und der hat ein Tor reingekriegt. Ja, es ist eine Leistung. Er hat gegen Afkala gespielt und hat dann, ja, das Tor reflektiert. Ähm, sowas? Hä? Da habe ich glaube ich uns weniger. Okay, vielleicht doch nicht. Ich dachte ich hätte uns mehr geschadet als den Gegner. Ach ne, er nimmt den halt schneller als ich. dann musst du in mobsgeschwindigkeit gehen sorry fürs spielen der fällt schon wieder rein die runde davor die waren schon irgendwie anders das war einfach nur safe abwehren uns gut und dann ein bisschen glück haben